Hallo Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube. Wir haben uns für Instagram-Aufstimmungen gemacht, zum nächsten Video, was ich Rune fahren möchte, auf dem Fahrgeschäft, auf dem Jahrmarkt, das wir uns jetzt schon in Titeln gelesen haben, auf Instagram gestellt haben. Und ja, Daumen nach oben sofort nicht vergessen, Abonnieren sofort nicht vergessen, Glockenaktive nicht vergessen, nicht im nächsten Video nicht verpassen können, im nächsten Video. Und ja, wir fangen jetzt gleich an, mit der ersten Frage, was ich, welche Runde, welche Fragestellung ich voll auf dem Jahrmarkt. Buden gibt es auch, und ja, Freunde, wir fangen gleich an direkt, starten. Wir haben ganz viel YouTube, ganz viele Nachrichten gewartet, hat ganz viele Leute. Und Daumen nach oben sofort nicht vergessen, Abonnieren sofort nicht vergessen, Glockenaktive nicht vergessen, im nächsten Video nicht verpassen können. Und ja, wir fangen jetzt direkt an, mit der ersten Frage, weil ich Rune nicht fahre, das dauert nur drei Minuten und 48 Sekunden, oder 3,50, nee, 2,50 lieber. Und ja, wir fangen jetzt direkt an, weil ich Rune nicht fahren möchte, in dem Fahrgeschäft auf dem Jahrmarkt. Und ja, ich habe schon ganz viele schönen Titeln gelesen, habe auf Instagram gestellt, mit dem Fahrgeschäft, ich fahre gerne. Das habe ich schon einen Titeln gelesen, auf Instagram gestellt, haben ganz viele Freunde. Und ja, wir fangen jetzt direkt an, weil ich Fahrgeschäft, ich fahre, müsste. Ja, ich fahre jedenfalls den Bait Dancer, ich fahre nur vier Runden fahren, in den Bait Dancer. Und zweimal Musik Express mit Karussell. Und ja, mit Bait Dancer bin ich schon bei 12 und bin ich einmal gefahren. Und dieses Jahr möchte ich in vier Runden fahren, in den Bait Dancer. Das habe ich schon ganz viele, schon einen Ticken gelesen, auf Instagram gestellt haben, im nächsten Video. Und ich möchte gerne vier Runden mit dem Bait Dancer fahren, von Philower. Und einmal mit Dings teilfahren, das habe ich schon bei Kieler Woche schon gesehen, auf Instagram gestellt, ganz viel gesehen, wo. Und ja, wir fangen jetzt direkt an, da haben wir noch mit dem Bait Dancer vier Mal, zweimal mit dem Karussell, mit dem komischen Musik-Espress. Eichenstein-Mann ist das, es gibt ein Beispiel früher drin, aber zwei Jahre oder schon. Und ja, fahre ich mit dem Bait Dancer und Dings Karussell. Eis essen möchte ich gerne, ein bisschen gucken. Ich fahre mit dem anderen Teil fahren, möchte ich gerne. Und ja, das war es mit unserem Video, welche Runden ich fahren möchte in dem Fahrgeschäft. Daumen nach oben, abonnieren sofort nicht vergessen, Glocken aktivieren nicht vergessen. Und ja, seh uns beim nächsten Video wieder. Ja, hier waren wir auf dem Jahrmarkt, hier haben wir uns jetzt schon Titeln gelesen. Und ja, Freunden, nächster Wunsch kommt mich auf mein Video, zum Thema Anmeldung Fahrschule, kommt auch im nächsten Video. Das kommt als Dienstag im Online. Und ja, Freunde, das war es mit unserem Video. Daumen nach oben, abonnieren sofort nicht vergessen, Glocken aktivieren nicht vergessen. Und ja, seh uns beim nächsten Video wieder. Und ja, ja, Freunde, das war es mit unserem Video. Es dauert noch vier Minuten und 51 Sekunden gedacht. Und ja, das war es mit unserem Video. Wir haben uns schon ganz viel Spaß damit, mit unseren Videos. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.